Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check heute am Dienstag. Die Märkte konsolidieren und das ist auch gut so, hatten wir ja angesprochen, dass nach dem starken Anstieg von 12.000 auf über 14.400 Zähler eine Beruhigung mal von Nöten wäre. Und das sehen wir im Moment. Es gibt natürlich auch wieder Meldungen, die einen schon etwas beunruhigen, wie jetzt aus China. Da muss man mal abwarten, inwieweit die Covid-Welle hier die Politik der chinesischen Regierung beeinflusst, was das für Folgen hat. Ob es wieder größere Lockdowns gibt oder eben nicht. In Amerika gestern uneinheitliches Bild, der da leicht im Minus, also nicht so dramatisch. Der Hang Seng eben heute Morgen deutlich schwächer, aber hier eher die Ausnahme. Deswegen glaube ich, dass wir gleich Kurse sehen werden. Ich habe nochmal geschaut, die Indikationen, die letzten lagen bei 14.360 Zählern, also ein leichtes Minus. Deswegen können wir auch gleich mal auf den Chartverlauf schauen, um hier eventuell neue Muster zu erkennen. Natürlich eher weniger der Fall. Wir sehen diese Konsolidierungsphase wunderbar zwischen 14.460 etwa und eben 14.2 rund auf der Unterseite. Und solange der Aufwärtstrend hier nicht gebrochen wird, muss man sich jetzt keine großen Sorgen machen. Natürlich dient auch das Ausbruchsniveau hier bei 13.957 beziehungsweise die 200-Tage-Linie, die im Moment mit dem Septemberhoch zusammenfällt bei 13.570 etwa als Unterstützung. Schauen wir nochmal auf den längerfristigen Chart, inwieweit da irgendetwas dann zu erkennen ist. Positiv, und das hatten wir schon des Öfteren angesprochen, ist natürlich der Bruch des Abwärtstrends seit Jahresbeginn. Und damit haben wir durchaus jetzt einmal eine Trendwende geschafft. Jetzt müssen halt die Hochs hier in dem Bereich überwunden werden, um neues Potenzial zu schaffen. Wie gesagt, nach dem starken Anstieg hier, Sie sehen es wunderbar, 2400 Zähler, 20 Prozent in relativ kurzer Zeit. So etwas muss konsolidieren und deswegen sehen wir auch den DAX wieder etwas leichter. Aber das ist alles so, wie wir uns das vorstellen. Lieber jetzt ein paar Tage eher ruhig seitwärts, bevor es dann nach oben gibt. Das ist schöner als eine scharfe Korrektur, vor allem, wobei für die, die noch nicht investiert sind, die warten natürlich auf tiefere Kurse. Aber möglicherweise werden die irgendwann mal in den Markt gedrängt. Wobei ich heute Morgen wiederum Aussagen gelesen habe von Morgan Stanley, die den S&P im ersten Quartal bei 3.000 bis 300 Punkten sehen. Zuletzt standen wir bei knapp 4.000. Also da gibt es doch verschiedene Meinungen, wobei ich des Öfteren jetzt Stimmen vernommen habe, die eher im ersten Halbjahr 2023 mit schwächeren Kursen rechnen. Auf Unternehmensebene ist recht wenig passiert, vor allem im DAX. Das ist eher bei den Nebenwerten wie im MDAX gibt es mehr Bewegung. Sie sehen weiterhin eine Allianz über 200. Eine Adidas korrigiert wieder, kann natürlich auch wiederum mit China zusammenhängen. Da dauert es noch ein bisschen, bis der neue Chef Einzug hält. Und ansonsten hier auch relativ wenig Bewegung, wenn ich mir das anschaue im Vergleich zu gestern. Eine E.ON gefällt im Moment, hatten wir gestern als Trading-Tipp mittlerweile bei 9,12 Euro. Die 200-Tage-Linie hier bei 9,34 Euro etwa verläuft die. Also sollte man durchaus mal in Erwägung ziehen. Und schauen wir auf die zweite Tafel. Genau, auch hier Infineon stabil über 30. Linde, wie gesagt, hält sich super in dem Markt. Auch eine Munich Re sehr stark weiterhin unterwegs mit 294. Die Siemens-Aktie jetzt wieder unter 130. War natürlich auch von 80 auf 130 in relativ kurzer Zeit. Und ja, was auffällig ist, die Vonovia kann sich nicht erholen. Da vielleicht doch eine interessante Meldung von THG-Immobilien, die die Dividende gestrichen hat. Also das könnte schon mal ein Hinweis darauf sein, was auch den Vonovia-Aktionären blühen könnte. Nachdem man ja die Investitionen in Sanierung und Modernisierung um 1,2 Milliarden kürzen will im nächsten Jahr. Möglicherweise kommt da noch mehr auf uns zu. Und daher wäre ich da vorsichtig. Also wie gesagt, der Markt erhält sich super stabil. 14,360. Würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Machen Sie es gut. Bis dahin. Bis dahin.